Seid herzliches gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zu dem tollen Spiel Fallout New Vegas und wir müssen jetzt mal das letzte also was mir jetzt noch fehlt in der chronologie die den letzten der die das letzte DLC machen dead money totes geld und jetzt fangen wir mal so an und zwar das ist meine schicke Svetlana und ich erkläre es gleich und sie hat jetzt hier den Tarnanzug an obwohl der so weiße Leuchtstreifen hat aber das ist der Tarnanzug aus Old World Blues und ich habe ja auch so einen komischen Helm auf ihr aufgesetzt weil der hat so eine schicke Eigenschaft und seit Old World Blues kann ich auch schneller schleichen und dank diesem dieses Helmes Aufstandsausrüstungselite Käsekuchenhelm der da hat Schleichsicht und Sprache 5 und war 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 plus zwei Wahrnehmung aber Schleichsicht schau mal wenn ich jetzt schleiche nachts wenn ich nachts schleiche schau ja da ist alles schwarz weiß also ein bisschen heller aber und ich kann schneller schleichen mit Tarnanzug also irgendwie und so weiter und es ist etwas besser zu sehen nachts also jetzt ist ja normal dunkel also wir haben hier jetzt Mitternacht oh hallo und der Tarnanzug der spricht mit mir das ist so eine schicke Eigenschaft und der haut mir auch ein Stimpack glaube ich sogar rein bei Bedarf glaube ich und der spricht mit mir das ist doch schon mal schick da ist man nicht so allein im Ödland ist doch eine schicke Sache schau her da kann man das jetzt erst mal sehen hier gut und wir machen jetzt old world dead money und dies ist wo ist es denn Taten bei Taten Weltkarte ah ich mache nur falsch diese Dreckssteuerung rechts rechts verlassener Bruderschaftsbunker da ist er verlassener Bruderschaftsbunker ich bin schon mal reingegangen aber gleich wieder rausgegangen muss man jetzt mal hier so in den Raum stellen gut jetzt gehen wir da hin oh ja geil geil mal die Schleichsicht ein hohohohoho siehste das ist hier so ein Gullideckel mitten in der Wüste also ja siehste verlassener ist so ein Deckel hier da gehen wir jetzt rein also rechts am Rand bei Giftmüllhalde und so weiter also jetzt gehen wir da rein gehen wir da rein ich mache jetzt aber trotzdem mal Tag weil da habe ich meine Fähigkeitswerte weil ich habe diesen Frühaufsteher Bonus siehste und Frühaufsteher Eigenschaft irgendwie und dann ist ab 6 Uhr früh ist dann bei mir alles besser siehste ja ich habe alles auf 10 plötzlich irgendwas Ausdauer war noch neun vorher bei mir wieso ist es jetzt 10 heißt es einmal also ach Baff Out habe ich noch Baff Out drin oder wie geht das sind wir weg oder wie frühaufsteher Bonus für totgefunden Reinforced Spine das ist das verstärkte Rückgrat glaube ich oder roter Schrecken ja da schau her roter Schrecken das ist doch die Waffe oder Schleichsicht oder ist das weiß keiner ah ja mir ist es jetzt auch Tarnanzug mir ist das jetzt auch wurscht jetzt gehen wir da rein so jetzt da geht das los dann oder ja ui hier ist wieder färbelig schau her da kann man schon geil was mitnehmen ne da war ich schon drin schaut mir die Lampe an da ist da liegt jetzt was oh Sierra Madre schau her da ist die Kollegin und da liegt einer da den habe ich auch schon durchgesucht weil ich war hier schon mal also ich bin so weit bin ich schon mal reingegangen Gone to Sierra Madre Gut Left my heart in the Sierra Sierra Madre Madre ist die Mutter oder die Sierra der Mutter oder was die einöde der Mutter jetzt gehen wir da rein komm Ah ja okay dead money äh in ein extrem gefährliches Gebiet ja das war klar ohne Aussicht auf Wiederkehr ja erst am Schluss gestern war ein Wahnsinnsgewitter hast du das gehört ähm normal Modus Hardcore Modus ach so ja ich spiel auf normal oder dead money wird erfahrene Kuriere fahren sie fort falls sie die große wartet seit 200 Jahren oh oh im Bunker nach Radiosignalen suchen oder muss ich das jetzt machen und end now end now ja da vorne ich weiß schon ich will bloß mal kurz gucken was ist hier Briefkasten ja was ist hier auf einer Schlüssel da haben wir ja end now ah oh jetzt ist Käse am Werk achso ist es jetzt oder wie ich werde dich vermissen ach bin ich jetzt tot oder wie bin ich tot du hast Geschichten vom Casino gehört wie wir alle seine Legende die Flüche irgendein Blödsinn also das ist angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt begraben und einer blutroten Wolke ein helles leuchtendes Monument das Schatzjäger in ihr Verderben lockt die berühmtesten Stars und Entertainer der Welt waren zur feierlichen Eröffnung eingeladen ein Zeichen von exklusivität der Eröffnung sollte den Weg in eine bessere Zukunft symbolisieren nicht nur für die Welt sondern für alle die an seine Tür kamen die Gelegenheit zu einem Neubeginn für alle jedoch wo das Sierra Madre eröffnet der Krieg ließ es in der Zeit erstarren ein einzelner gewaltiger Blitz die feierliche Eröffnung war das große Ende der Menschheit es liegt immer noch da draußen in der Einöde geschützt und warte darauf geknackt zu werden aber es zu finden ist nicht das Problem sondern loslassen sollen wir wieder rauskommen letztes Ende jetzt was war denn das für eine Tür vorhin weiß das einer kann man da nochmal hin oh ne ist das da der Ausgang wahrscheinlich hörst du zu? gut denn ab jetzt gilt wenn ich rede hörst du mir zu Reinhold Messner und tust was ich sage wenn du auf die Idee hinkommst oder mich austricksen willst platzt mir der Kragen und dir auch warte der da jetzt Vater Vater Abraham ist das Vater Elijah 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 also mit J Eli E-E-L-I-J Gott aha ähm Sprenghalsband um unseren Hals äh er möchte dass wir für ihn was erledigen na gut fangen wir an steht da was muss man da jetzt machen warte da ich muss ich hier ich hab hier ne Lösung da geh ich jetzt äh und jetzt ist es wurscht was ich da mach oder? achso es ist so ähnlich wie dein Pip-Boy nur dass es voller Sprengstoff steckt ein Funkgerät der alten Welt auf die richtige Frequenz eingestellt wenn du tust was ich sage passiert überhaupt nichts wenn du mich hintergehst oder versuchst zu fliehen boom und der nächste bitte bis ich dich gehen lassen ist deine Flucht aussichtslos je eher du das einsiehst desto besser das Gebäude über dem Brunnen das Sierra Madre Casino du sollst dort für mich einsteigen ein kleiner Einbruch seit Jahren im Plan aber um seine Fallen auszuschalten brauchst du ein Team allein so habe ich erfahren müssen hast du keine Chance also brauche ich noch andere genau das Team rekrutieren ist eine Errungenschaft um die Villa herum findest du drei weitere Halsbänder genau acht zwölf und vierze bringe alle drei hier zum Brunnen dann sind wir weiter aber falls ihr versuchen solltet euch gegenseitig auszuschalten um den Schatz des Sierra Madre allein zu kassieren ein Wort der Warnung eure Halsbänder sind miteinander verbunden wenn einer von euch stirbt sterben alle wenn man euch so zur Zusammenarbeit zwingen muss bitte sehr äh warum solltest du das tun in gewisser Hinsicht ist es einfacher in Sierra Madre einzubrechen als ein menschliches Distinkt zu brechen Habgier die Villa ist voller Leichen einige sind durch die Gefahren hier gestorben andere durch mich andere töteten sich gegenseitig durch die Gier das Sierra Madre zu besitzen wurde ihnen ihre Freiheit überleben und auch die anderen egal äh sind die die hergebracht wurden leben nur in dem weiter was sie hinterlassen haben ihren Graffitis an den Mauern und in den Opfern die sie töteten einige versuchten zu helfen hinterließen Vorräte für andere ihre Belohnung sie wurden aufgespürt getötet von anderen mit niederen Instinkten einige dieser Mauder gingen so weit Fallen zu hinterlassen missbrauchten hilfreiche Wegweiser als Todesfall für alle die ihnen folgten manche vergaßen wo ihre Fallen aufgestellt waren und starben selbst oder sie starben auf der Suche nach Hilfe die sie anderen verwehren wollten äh ich hab grad die Lösung gelesen oder und die Quarantänemaßnahmen die Gefahren hier haben viele Leben gefordert Fehlschläge über Fehlschläge Dachtest du ich lege euch Halsbänder an um euch gefügig zu machen? nein wenn Roboter das erledigen könnten hätte ich sie geschickt das Sierra Madre ist schwer zu knacken das geht nur durch Menschenheit äh das Casino weiß nicht zu verteidigen es durchleuchtet seine Gäste nach gefährlichen Gegenständen dass du unbewaffnet bist war nicht meine Absicht das Casino diese Villa es sammelt alles was ansatzweise radioaktiv oder aus unbekannten Substanzen ist und bunkert es der Vorgang läuft automatisch ab und das Casino besitzt weitere solcher Dienste ich weiß keine Abhilfe außer andere als Werkzeug zu schicken trotzdem du bist nicht ganz schutzlos und das Sicherheitssystem des Sierra Madre kann dir helfen wenn du einfallsreich geliebt bist der Ort ist gut erhalten wenige derer die herkamen kehrten jemals zurück alle Schätze der alten Welt liegen verstreut herum praktisch unberührt suche, jage, benutze was du findest der Schrott der Vorkriegs Ära kann dich am Leben halten Lebensmittel, Messer und mehr jetzt habe ich tatsächlich Käse geliebt sogar die Gifte der Villa und deren Rückstände können zu Werkzeugen und Waffen verarbeitet werden sammle auch sie außerdem befindet sich noch etwas in deinem Besitz ein Gewehr das dich am Leben halten wird so wie es das Halsband tun wird es ist ein Hologewehr eine Waffe die ich nach meiner Ankunft entwickelt habe schief gewickelt ich habe seitdem bessere Modelle gebaut und Monifikationen das sollte für dich erstmal reichen bis du was besseres findest und das solltest du die Hologewehr Munition ist begrenzt jedenfalls sollte es dir gute Dienste leisten ich habe es aus den Hologrammen der Villa gebaut und es gegen die lebenden Bewohner eingesetzt äh ja die Bewohner am besten gehst du ihnen aus dem Weg wenn möglich zäh, bursch wodurch auch immer sie entstanden sind Geschosse, Explosionen, Energie man kann sie eine Zeit lang lernen danach finden sie zu alter Stärke zurück sie muss man gleich plündern also umhauen, plündern und dann sind sie weg die Wolke verhüllt den Himmel in der Luft liegt der Geruch von Kupfer und Schwefel er brennt sich in die Lunge und kriecht unter die Haut wie sie entstanden ist ich weiß es nicht genau industrielle Luftverschmutzung vor dem Krieg 3 Stunden können wir weiter machen aus dem Sierra Madre sie ist einzigartig im Ödland und tödlich seit dem großen Krieg hat sich hier nichts verändert ja was sonst äh kann ich mich geben die Luft ist nur tödlich wenn du dich innerhalb giftiger Gasblasen befindest also pass auf wohin du trittst wer bei guter Gesundheit ist kann in der Wolke kurzzeitig überleben ja alle anderen sind zum Schlaf harten Geräte spezielle Kleidung es gibt keinen Schutz die Wolke zersetzt alles womit sie in Berührung kommt sie zu bekämpfen ist aussichtslos äh zwischen dem Bereich überall dort wo du Schutz vor der Wolke findest in Gebäuden Tunneln überall dort wo es keinen Kontakt mit der Luft draußen gibt alles was mit der Wolke in Berührung kam wurde irgendwie konserviert aber nur die Hologramme in der Villa sind die alten geblieben mhm äh von wem Gespenster die ganze Villa ist voll davon mhm und eine Menge mehr davon im Casino eine ganze Menge sie können nicht verletzt werden äh sie führen nur die Aufgaben der jemals Toten aus immer und immer wieder bis ihre Kräfte erschützt sind aber sie sind hahnlos bis auf die Sicherheitshologramme das sind die Silhouetten der bewaffneten Wachen des Sierra Marl das ist ja prima äh die meisten Hologramme gehen bestimmten Aufgaben nach und die Sicherheitshologramme gehen seit dem Abwurf der Bomben nun ihrer Aufgabe nach sie töten jeden den sie entdeckten sie sind immun gegen Waffen jeglicher Art und EMP sogar gegen Energiewaffen aha aber sie haben auch Schwäch konstruktionsbedingt ist ihr Sichtfeld eingeschränkt achso also gut dass wir jetzt den Schleich an sie kommen jedes verfügte beiden Sender wenn man ihn zerstört oder ausschaltet stellen sie keine Bedrohung mehr dar oja dennoch zumindest sie arbeiten noch wie vorgesehen hier gibt es ganz andere Technikfallen vor allem die Funkgeräte und Lautsprecher der Villa Funkgeräte und Lautsprecher ja überall in der Villa sollte es Musik geben im Laufe der Zeit hat die Stärke des Funksignals nachgelassen und eine andere Frequenz angenommen Lautsprecher und Funkgeräte stören das Signal für die Halsbänder und können so zur Detonation führen verfrüht ein unglücklicher Nebeneffekt den ich nicht erwartet hatte ich konnte die Halsbänder nicht neu kalibrieren du musst also so zurecht kommen also die Luft ist tödlich überall außer drinnen und dann die Lautsprecher machen und sprengen mein Halsband und dann bin ich tot oder und die Untoten kann man nicht umbringen die Zombies also fängt er gut an ja, aber nicht sofort wenn du einen Ton aus deinem Halsband hörst nimm Abstand durchkenne das Gebiet und such diese Nachquellen es gibt beschädigte und abgeschirmte Lautsprecher die Beschädigten lassen sich von Weitem zerstören aber geh nicht zu nahe aus den beschädigten Lautsprechern sprühen Funken die sind kaum zu verfehlen ihr Gehäuse hält jedoch jede Hand von Gewalt stand ja und wie ja genau, wie kann ich die dann zerstören Schusswaffen Schusswaffen ja ich habe wenig Geduld und du hast wenig Zeit du kennst die Legende des Sierra Madre nicht das Casino gibt es wirklich du gehörst zu den Wenigen, die es in Augenschein nehmen wird von deinem Standpunkt aus liegt die Villa unterhalb des Casinos über dir der Schutthaufen die Villa liegt in seinem Schatten die Villa ist ein einziger Trümmerhofen üble Bausubstanz in die Jahre gekommener Vorkriegsschrott vor allem die Funkgeräte und Lautsprecher also äh Entschuldigung das ergibt sich von ganz alleine sobald die in der Mojane ausgelegten Fallen zuschnappen für den Moment sollte deine einzige Sorge sein wie du in das Sierra Madre hineinkommst so lange hast du mich am Hals also ich muss die Kollegen auch noch warte äh tja also die anderen drei genau mit den Fragen finde ich finden und hierher zurückbringen ich habe Anweisungen und Markierungen auf den Pip-Boy geladen falls du sie vergessen solltest ja 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 ich habe Zugang zu diesem Gerät an deinem Arm und die drei anderen für diese Aufgabe zu sammeln danach habe ich weitere Anweisungen danach lasse ich euch gehen euch alle ich muss jetzt äh wie soll ich sie finden dann Orpco Schrotthaufen wird dir dabei helfen dafür habe ich gesorgt er kann sich in das Signal der Halsbänder einfinden und in ihre Frequenz die Bombenhalsbänder haben Funkgeräte eingebaut du kannst ganz einfach lauschen dafür wurden sie unter anderem konstruiert zu Abhörzwecken sie filtern sogar das weiße Rauschen aus der Umgebung heraus um effektiver zu sein weißes Rauschen der eine ist ein treuer Verbündeter folgsam Halsband hin oder her die anderen beiden mal abwarten was uns in die Falle gegangen ist nur noch 10 Minuten mhm ja Halsband Nummer 8 die FEV Missgeburt der Super Mutant er ist handzahm berechenbar und solange er nicht hungert leicht zu beherrschen ich habe den Kontakt zu ihm verloren vermutlich nachdem er dich hier angeschleckt hat such ihn er wird dir folgen Halsband hin oder her also Nummer 8 müssen wir eine lange Geschichte FEV ein Virus mit einer noch längeren Geschichte es erschuf diese Kreatur und verwandelte sie in eine Super Mutanten so jetzt haben wir es aber haben wir alles oder gut wenn nötig werde ich dich in die Sendesysteme der Villa einweisen falls du nicht weiter weißt komm hierher zurück ich habe dir die Anweisungen auf den Pitboy gesprochen falls du nicht lesen kannst meine Stimme hilft dir jederzeit auf die Sprünge ach ja huh 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 wo sind wir ein paar Anzug ich geh weg aber jetzt geil komm oh nee da will ich jetzt nicht nicht da machen oder oh nee ja gut Freunde oh komm jetzt ist mein ganzes Zeug weg oder wie ah nee ich habe Hologewehr auch so das haben wir ja dieser Zünder der ist von dem anderen DLC und das ist von dem anderen DLC äh prima ich habe gar nichts mehr Deckel 0 haben die einen am Deckel ah bitte ich habe hier gar nichts mehr stimmt die blöd ah komm und da jubelt einer da müssen wir jetzt zuerst hin oder weh 8 die erste finden sie dog den müssen wir als erstes hm also ich warte hier steht in der Lösung dog ist ein super Mutant den wir im Polizeirevier finden sollen äh zuerst schauen wir uns allerdings etwas um es lohnt sich wir finden einen Verkaufsautomaten wir finden einen Verkaufsautomaten wir finden einen Verkaufsautomat der hat auch wieder raus Verkaufsautomat ah sie sich näher an Erscheinung muss sie gewinnen sind auf der Ausgabe äh komm äh oh komm ja toll und genau ich brauche den zu halten entschuldige äh wir müssen hier auch 500 Sierra Mara Chips sammeln SM Sierra Mara Chips ne ähm eine Errungenschaft ähm also ein Verkaufsautomat äh wie wir schon im Bunker gesehen haben stellen fest dass er für gefundene Zigaretten Sierra Mara Chips ausspuckt diese Chips finden auch in allen Waffenbunden oder oft auf der Straße verteilt außerdem stoßen wir schon bald auf das erste von Dien's Geheimverstecken Koffern voll nützlicher Ausrüstung die durch eine leuchtende Hand an der Mauer markiert sind in der Villa gibt es insgesamt vier davon in welcher Villa die sind eigentlich fertig Freunde jetzt haben wir noch fünf Minuten äh da ist ein Wegweiser mhm welche Villa Pasta Control Pustadel Soll äh jetzt muss ich nicht äh äh Klug Freunde Passobacht äh in welcher Villa sehr mal äh 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 Pustadel Soll Puesta del Soll und wo welche Villa und wo welche Villa äh das ist ja auch nicht groß äh ach kommt hm also ich bin hier und weiß weiß was äh äh zuerst schauen wir uns um Verkaufsautomat haben wir schon ähm ähm diese Chips finden auch in allen Wohnungen diese Chips finden wir da oder oder wie die haben wir in deutsch das kann man nicht verstehen auch in allen Wandbrunnen und oft auf der Straße verteilt außerdem die Chips sehr amade Chips außerdem stoßen wir schon bald auf das erste von Dienstgeheim verstecken Koffern vollen nütziger Ausrüstung die durch die erleuchtende Hand an der Mauer markiert sind in der Villa gibt es insgesamt vier davon in welcher Villa das ist der Brunnenplatz und wo ist jetzt die Drecks Villa da Pusta Puesta del Sol welche Villa verdammt ach Chrom da sind 10.000 Häuser mag jetzt nicht mehr welche Villa äh da ist da haben wir angefangen da ist das Gaufsautomat und wo ist jetzt eine Drecks Villa das ist jetzt bin ich gleich tot wahrscheinlich oder äh das ist welche Villa verdammt Medical District leuchtende Handbrunnen ah Sierra Made Chips ah ja jetzt müssen wir 500 oh weia da kann man wieder nicht nehmen 500 Sierra Made Chips jetzt müssen wir jetzt muss ich Sierra Made Chips wo ist denn das Sierra Made Chips finden 500 äh äh ich hab gar nix ne hab ich gar nix mehr äh Mulsion das haben wir noch alles sonstige ja auch nicht so wahnsinnig viel Hilfsmittel äh Kleidung sonstige ne die haben wir alles abgenommen ziemlich alles wichtige freunde also freunde jetzt schalte ich mal aus sammeln mal hier die Sierra Made also ich gucke mich mal um und wenn ich mich hier auskennen bissel schalte ich wieder ein verstehst du und speichern warte äh äh gell also ich ach so da hören wir schon ich sammle jetzt mal alles ein und wenn ich weiß wie es weiter geht also wo da diese Koffer sind Geheimkoffer und dergleichen äh schalte ich wieder ein gell machen wir es so ich muss zum Arzt um 11 muss ich zum Arzt da ist er auch da kommt äh da ist auch Chip 500 da haben wir aber noch zu tun das ist immer bloß einer wo sehe ich denn das äh Deckel ne Kleidung Hilfsmittel sonstige SM Sierra Made Chips oder Schlüssel wo sind denn die ach da ist er Sierra Made Chip 16 500 ich eine Errungenschaft ist 500 Sierra Made Chips sammeln und äh Freunde dann schalte ich jetzt mal aus und geh rum und wenn ich den dog gefunden wenn ich mich hier auskennen und äh schalte ich wieder ein gell und den dog gefunden hab gell und wieder was weiß wie es hier geht Freunde gell da schalte ich wieder ein da 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 was ist denn das da warte was ist denn das Big Ass Sierra Made Dead Money Sierra Made Karten gesammelt was sind da für ein Gesänge im Hintergrund da sterbende Schwan so ok machen wir es so geil also tschüss bis nachher so so so